Moin Leute, am 1.7. um ca. 6 bis 7 Uhr in der Früh ist folgendes passiert. 2 bis 3 Euro pro Kilowattstunde Strompreis in Deutschland und praktisch 0 in Frankreich. Die Strommärkte waren aufgrund eines IT-Fehlers entkoppelt, also es gab an der Börse quasi keinen Import und Export mehr. So und jetzt kamen so Kommentare wie, jetzt sieht man mal, was passiert, wenn Deutschland auf sich alleine gestellt ist. Also kommt jetzt durch einen IT-Fehler endlich die Wahrheit ans Licht und wenn es nach den feuchten Träumen von einigen selbsternannten Experten auf Twitter, YouTube und Co. geht, dann ja. Aber ganz im Ernst, ist da vielleicht doch was dran, denn faktisch waren die Märkte entkoppelt. Also was war da eigentlich los? Und es wird sogar noch ein bisschen verrückter, denn der Preis war nicht überall so hoch. Und wir haben uns die Frage gestellt, haben Anbieter von dynamischen Stromtarifen hier vielleicht sogar durch den Trick Kasse gemacht. Ich habe mich mit Leonard Probst vom Fraunhofer ISE unterhalten, der neben Professor Bruno Burger ebenfalls an den sehr bekannten Energy Charts arbeitet und werde euch heute im Detail erklären, was da eigentlich abgegangen ist. So, zieht euch mal diese Karte hier rein. Das sind die sogenannten Geburtszonen. Das bedeutet, innerhalb dieser Zone gibt es genau einen Strompreis. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass innerhalb einer Geburtszone keine Beschränkung der Übertragungskapazität herrscht. Einfach gesprochen, innerhalb einer Zone sind richtig fette Kabel. Dass diese Annahme zum Beispiel im Falle Deutsch von Deutschlands Stromnetz nicht immer zutrifft und was dann für Probleme entstehen, haben wir euch in diesem Video erklärt. Und wir werden bald nochmal ein Video dazu machen, was die Niederspannungsnetze angeht und das wird richtig, richtig interessant. Also Abo nicht vergessen, damit ihr das nicht verpasst. Okay, im Großen und Ganzen entsprechen diese Geburtszonen den Ländergrenzen. Mehr oder weniger, zum Beispiel Deutschland und Luxemburg bilden eine Geburtszone. Aber es gibt zum Beispiel auch Ausnahmen wie Dänemark, da gibt es nämlich mehrere Geburtszonen. Also Dänemark besteht aus mehreren Geburtszonen. Und um genau diese Zonen und die Preise darin geht es ja heute. So, zwischen diesen Geburtszonen können Gebote auch übertragen werden. Also das ist dann der Import und der Export von Strom, den ihr kennt. Aber nur in gewissen Grenzen, denn die Leitungen zwischen den Ländern oder den Strompreiszonen sind ja nicht unendlich groß. Also es gibt hier einfach ein Limit. Der Import und Export von Strom unterliegt also dem sogenannten Übertragungslimit. Jetzt ein mega spannender Fakt, wenn die Übertragungslimits nicht da wären, also wir unendlich viel eigentlich austauschen könnten mit unseren Nachbarn, dann würden sich die Strompreise der Zonen deutlich stärker angleichen. Das fand ich spannend. Und warum das spannend ist, erkläre ich euch jetzt. Denn die Frage ist jetzt, wie bildet sich eigentlich der Strompreis? Und dann kommen wir der Sache mit diesem Fehler nämlich deutlich näher. Und das funktioniert in vier Schritten. Das erste ist der sogenannte Day-Ahead-Handel. Also als erstes müssen die sogenannten Marktteilnehmer Gebote für jede Stunde des nächsten Tages abgeben. Also deswegen Day-Ahead. Das sind dann zum Beispiel Kraftwerke, aber auch Stromanbieter, bei denen ihr zum Beispiel eure Stromrechnung bezahlt. Das heißt, da gibt es jetzt einmal ein Angebot, zum Beispiel von den Kraftwerken, die Strom liefern, aber auch eine Nachfrage von zum Beispiel euren Stromlieferanten, der ja auch irgendwie einkaufen muss für euch. Naja, und die schätzen jetzt einfach mal, was die morgen so brauchen werden oder auch liefern können und geben ein Gebot an dieser Börse ab. Das ist in dem Fall die EPEX. Das Gebot ist anonym und kann bis 12.30 Uhr abgegeben werden. Also dann gibt es ein Angebot von zum Beispiel den Kraftwerken, aber auch eine Nachfrage von zum Beispiel den Stromanbietern, letztlich dann von euch. Schritt zwei ist dann quasi die ganzen Gebote, die da jetzt irgendwie eingeflogen sind. Also Angebot und Nachfrage werden jetzt gesammelt. Und jetzt steht die ganz dicke Frage im Raum, wie teile ich die eigentlich zu? Und mal ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel haben wir jetzt hier Anbieter 1, 2, 3 und die bieten jeder, was weiß ich, zum Beispiel 50 Megawatt morgen zu Stunde XY zu 20 Euro die Megawattstunde an. Oder es gibt Nachfrage, dann sind es zum Beispiel der Käufer 1, der sagt 70 Megawatt brauche ich morgen zu 30 Euro die Megawattstunde. Das biete ich jetzt hier halt. Und jetzt müssen die Stromlieferanten, also zum Beispiel PV-Anlagen, AKWs, Gaskraftwerke, Braunkohlekraftwerke, was auch immer, und die Käufer irgendwie zusammengebracht werden. Und dafür gibt es jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten. Also habt ihr gesehen, oben sind diese ganzen Gebote und wem ordne ich jetzt welches zu? Also welcher Käufer kriegt welchen Verkäufer sozusagen? Und hier kommen jetzt Leute wie ich ins Spiel, die auf mathematische Optimierung spezialisiert sind. Denn was ist das Ziel? Also das Erste ist quasi, es sollen alle bedient werden, so gut es geht. Also es soll so gutes Match gefunden werden, dass jeder halt irgendwie zum Zuge kommt. Das ist ja eigentlich total wichtig. Das Zweite ist, alle sollten den bestmöglichen Preis bekommen. Also die Käufer wie auch die Verkäufer sollten hier irgendwie bestmöglich gematcht werden. Und das ist jetzt ganz vereinfachtes Problem, welches gelöst werden muss. Und das Problem löst der sogenannte Euphemia-Algorithmus. Der ordnet jetzt nämlich Käufer und Verkäufer zu und sucht das bestmögliche Ergebnis für alle. Also das wirtschaftlich bestmögliche Ergebnis für uns alle. Das ist eigentlich eine ziemlich feine Geschichte. So und jetzt kommt irgendwie so eine Art Schritt zweieinhalb, weil der gehört theoretisch noch zum ersten Schritt dazu. Ich habe es jetzt hier aber mal entkoppelt, damit ihr versteht, wie das funktioniert, sonst ist es zu kompliziert. So wir haben ja jetzt ein europaweites Stromnetz und diese Geburtszonen, von denen ich eben geredet habe. So und ja, jetzt sind wir mit den anderen Ländern beziehungsweise Geburtszonen verbunden. Also einfach durch das Stromnetz, was wir da gemeinsam haben, also die Kabel, die da liegen. So und das muss ja jetzt auch irgendwie berücksichtigt werden. Quasi der Import und der Export. Die Übertragung hat aber auch ein Limit. Das heißt, ich kann ja nicht unendlich viel transportieren, weil die Kabel einfach nicht unendlich dick sind zwischen den Zonen. So und das kommt jetzt auch alles noch dazu in die ganzen Gebote. Also das kommt noch dazu, dass nicht unendlich viel da fließen kann. So und all die Gebote, die da jetzt irgendwie in den einzelnen Zonen eingegangen sind, müssen jetzt also auch noch über die Geburtszonen berücksichtigt werden. Und auch das Übertragungslimit. Und auch das macht der Euphemia-Algorithmus. Und zwar genauso wie eben, ein bisschen mit einer kleinen Einschränkung. Alle werden bedient, so gut es geht. Also es wird jetzt auch, was weiß ich, zum Beispiel von Deutschland hat irgendwie jemand ein Angebot und bei Frankreich sucht jemand gerade was. Dann werden die jetzt hier auch gematcht. Und zwar so gut, wie es geht. Alle Beteiligten bekommen auch wieder den bestmöglichen Preis. Auch das wird probiert. Und das dritte, und das ist ganz wichtig, ist alle Limits, also die Übertragungslimits zwischen den Ländern zum Beispiel, die müssen eingehalten werden. Das ist jetzt hier noch so ein Zusatzding. So und was sau viele Leute nicht kapieren, es wird jetzt nicht direkt zwischen Deutschland und Frankreich gehandelt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da direkt ein Handel stattfindet, sondern jedes Land oder genauer gesagt jede Geburtszone hat ja seine eigene Auktion mit den ganzen vielen Geboten, die da eingegangen sind. Und der Euphemia-Algorithmus bestimmt dann, welches der Gebote nach Deutschland oder Frankreich geht. Und wie gesagt, wie ich es eben schon erzählt habe, so, dass es am wirtschaftlich besten für alle ist. Und das ist schon ziemlich geil gemacht eigentlich. Man könnte sowas mal im Kleinen nachprogrammieren, das hatte ich mal überlegt. So eine Art Mini-Euphemia zum Spielen, sodass ihr das mal ausprobieren könnt. Das wird natürlich nicht den Original-Algorithmus darstellen, aber es wäre zum Spielen ziemlich spannend. So und jetzt genau hier ist dieser blöde Fehler passiert mit den zwei Euro, der zu den hohen Preisen geführt hat. Denn diese Marktkopplung, also das untereinander austauschen, das hat nicht mehr funktioniert, weil es irgendeinen blöden IT-Fehler gab, welcher auch immer das war. Also praktisch gesehen gab es jetzt wirklich keinen Import und Export mehr. Was ist passiert? Jetzt stellt euch einfach mal vor, ich bin ein Braunkohlekraftwerk, hier ist jetzt Holzkohle, aber egal. Ich male mich extra mal an hier für euch und will meinen Strom für die nächsten Tage an der Börse anbieten. Also ich will meinen Strom loswerden. So, ich weiß jetzt aber, dass morgens um 6 bis 7 Uhr, da importiert Deutschland meistens irgendwie Strom zum Beispiel aus Frankreich. Ist jetzt nur ein Beispiel, das ist jetzt nicht direkt wieder aufregend. Und da ich ja ein relativ teures Braunkohlekraftwerk bin, tja, da bekomme ich ja sowieso keinen Zuschlag, weil das ja in der Regel eh nicht so ist. Also weil es meistens dann nicht so ist. Dann kann ich mir das Gebot ja eigentlich auch sparen. Naja, im Falle eines Braunkohlekraftwerks geht es vermutlich sogar gar nicht mal so einfach, weil ich als Braunkohlekraftwerk ja sogar einen guten Tag brauche, bis ich anlaufe und die Förderung angeschmissen habe und so. Und was jetzt auch noch wichtig zu wissen ist, ich als Braunkohlekraftwerk bin relativ träge. Das heißt irgendwie, wenn ich jetzt morgen nochmal einspringen müsste aus irgendwelchen Gründen, ist das relativ schwierig für mich, weil ich muss ja irgendwie die Förderung planen, die Mitarbeiter planen und so weiter. Muss alles geplant werden. Ich bin einfach nicht so der flexible Typ. So, und jetzt plötzlich ist der ganze Import weg, mit dem wir aber alle geplant hatten irgendwie. Das ist doof. Also nicht physikalisch, sondern nur an der Börse Epex durch irgendeinen blöden IT-Fehler. Ja, scheiße. Dadurch, dass das jetzt so kurzfristig passiert ist und mit dem Import gerechnet wurde, gibt es halt einfach jetzt ein Problem. Da fehlt was. Aber kein Thema, denn für den Fall haben wir ja noch so Mechanismen an den Börsen, so quasi so eine Art Backup-Systeme, dass die Marktkopplung scheitert und es kann dann innerhalb kurzer Zeit nochmal geboten werden. Also in der Hoffnung, dass sich dann doch noch alles schnell normalisiert. So innerhalb der 30 Minuten, glaube ich, ist das Limit. Ich weiß aber nicht genau. Also ich jetzt als deutsches Braunkohlekraftwerk, was für teuer ist, aber zum Beispiel immer noch billiger als Gas, hätte jetzt hier eigentlich nochmal so kurze Zeit gehabt, um ein Gebot abzugeben. Aber ich bin ja träge, muss viel Planung haben und ich bin auch ein altes Kraftwerk und ich brauche einfach meinen Schönheitsschlaf und 6 bis 7 Uhr, ach nee, das ist irgendwie alles nicht so meins. Das ging mir einfach viel zu schnell. Daher habe ich innerhalb der kurzen Zeit kein Gebot mehr abgegeben und daher wird dann auch auf die teuerste Option zurückgegriffen am Markt und das ist Gas und so entstand der hohe Preis. Aber ganz wichtig dabei zu verstehen ist, wäre das früher bekannt gewesen, dann hätte man ganz normale Preise gehabt. Also Ursache war jetzt also nicht direkt, dass wir keinen Strom mehr importieren können und erneuerbare Scheiße sind und alles Kacke ist und so weiter und so wie so das Abendland untergeht, was weiß ich nicht was, sondern das plötzliche Ereignis. Das war schuld. Und das ist wichtig zu verstehen, denn das ist ein ziemlich großer Unterschied und woher ich das weiß, weil es andere Börsen außer der Epex gibt und die Preise dort normal waren. Aber auch im Intraday-Handel waren die Preise normal. Und was zum Geier ist jetzt der scheiß Intraday-Handel schon wieder. Also nächste Erklärung. Eben waren wir ja bei der Marktkopplung und dem Day-Ahead-Handel. So und das ist ja alles noch am Tag vor der eigentlichen Stromlieferung und dann kommt der Tag selbst, wo der Strom dann auch geliefert werden muss und auch da wird nochmal gehandelt. So und das nennt man jetzt den Intraday-Handel und der ist quasi dazu da, um mögliche Schwierigkeiten vom letzten Tag irgendwie glatt zu ziehen. Ein Beispiel, damit er es versteht. Ich zum Beispiel als Braunkohlekraftwerk habe jetzt gestern beim Day-Ahead-Handel den Strom für den nächsten Tag verkauft und muss den jetzt halt auch einfach liefern. So, jetzt bin ich aber irgendwie krank geworden. Das ist voll doof, weil ich ja liefern muss. So, was mache ich armes Kraftwerk jetzt? Ich kaufe dann am nächsten Tag beim Intraday-Handel den Strom und liefere stattdessen den, also den, den ich gekauft habe, aber selber gar nicht liefern kann. Also so kann ich es jetzt quasi glatt bügeln, dass ich selber nicht liefern kann, weil ich ja so krank bin und sogar Pflaster drauf habe. Ich armes, armes Ding. Also im Intraday-Handel wird dann sozusagen glatt gezogen. Und jetzt die große Frage, ist das bei diesen 2-Euro-Peaks auch passiert? Und das seht ihr hier. Die 2 roten Peaks, das war der Day-Ahead-Preis und der war mega hoch und die orangene Kurve ist dann der Intraday-Handel und ihr seht, da wurden die hohen Preise dann glatt gezogen und waren ganz normal. Und ich glaube, das wäre auch so der realistischere Fall gewesen. Tja, jetzt kommt aber noch eine ganz andere Frage. Warum musstet ihr dann bei eurem dynamischen Stromanbieter oder auch ich zum Beispiel bin bei Tibor und habe auch einen dynamischen Stromtarif dann die vollen 2-Euro-Blechen, weil die mit Day-Ahead-Preisen mit uns abrechnen? Ob die Anbieter das jetzt auch so gekauft haben oder ob die dann am nächsten Tag zumindest teilweise korrigieren konnten, wissen wir nicht. Das wäre natürlich ein bisschen fies, da der entsprechende Anbieter dann richtig Kasse macht. Also es ist zum Beispiel denkbar, dass wir dann den teuren Day-Ahead-Preis, also die 2 Euro bezahlt haben, der Anbieter dann am nächsten Tag zumindest teilweise den viel niedrigeren Intraday-Preis zugekauft hat und dann wären deren Gewinde ganz schön groß. Ob das passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Kann theoretisch sogar umgekehrt sein. Also es ist echt schwer zu sagen. Das ist jetzt nur ein theoretisches Konstrukt. In jedem Fall sollte man aber mal darüber nachdenken, ob man für Verbraucher nicht ein Limit einführt. Denn sowas kann für einen Verbraucher übel enden. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine Woche oder zwei Wochen so einen Preis. Wir sprechen ja immerhin von einer Verzehnfachung des Preises. Also ich glaube, das kann den einen oder anderen Haushalt in ernste Schwierigkeiten bringen. So, okay. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen besser verstehen, was da eigentlich passiert ist und auch was so mit einigen Falschaussagen jetzt hier anzufangen ist. Und vielen Dank nochmal an Leonard Probst vom Fraunhofer, der uns hier wirklich tatkräftig unterstützt hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.